Hallo Leute, ja da sind wir in Willensdorf im Simotrans Comic Pack und ich habe ein bisschen vorlaufen lassen, weil es war ja nichts mehr zu machen erstmal und wir mussten dann halt gucken, dass wieder die Städtchen ein bisschen wachsen. Das haben wir hingekriegt und jetzt müssen wir schauen, dass wir mal gucken, wo es gewachsen ist und was gewachsen ist. Also hier in Willensdorf zum Beispiel nicht, aber das werden wir jetzt gleich nach dem Logo weiter gucken auf dem Großbildschirm. Bis gleich. So, das war Willensdorf, da ist nichts. Dann gehen wir hier runter nach Ettlingen. Ettlingen ist auch nichts. Dann haben wir Bünder. Bünder ist auch nichts. Dann gehen wir nach Willig. Willig ist auch nichts. Dann haben wir Bayreuth. Bayreuth ganz kompakt, da müsste mal bald was passieren. Dann sind wir hier bei zwei Brücken. Das ist auch alles abgedeckt. Dann haben wir Lüneburg. Das ist auch noch alles gut. Dann gehen wir nach Gütersloh. In den Gütersloh, da ist was. Nämlich dieses Eckchen hier. Ich weiß gar nicht, ob das letzte Mal schon da war und ich es übersehen habe, weil das ist wirklich schlecht zu sehen. Aber kriegen wir hin. So, das heißt, wir müssen das Ebenwerkzeug machen, weil wir müssen hier ja hin. Eins, zwei, eins, zwei, da. Und dann kommt da die Kreuzung direkt neben dem Bahndamm. Das kann zu. Das muss so. Und dann kriegen wir da noch eine Bushaltestelle hin. Dann passt es. Sehr gut. Und. Rufen wir eine Kutsche auf. Hier. Stadtbus Gütersloh. Fahrplan. Jetzt habe ich den aus Versehen minimiert. Das war das. Ne, der war es nicht. Wo ist denn hier? Komm, du machst es zu. Mach es nochmal auf. Dann klappt es da, oder? Ja. So, Fahrplan ist dann Gütersloh-Weinsberg. Oder Weinberg. Nicht Weinsberg. Weinberg. Artus. Müssen wir als erstes anklicken. Das ist hier. Und dann da. Dann haben wir das ergänzt. Passt. Dann haben wir die Linie vergrößert. Jetzt müssen wir mal gerade vielleicht schauen. Wie bestehen denn hier? Sechs. Da kommt eine Kutsche vorbei. Das passt dann. Wie bestehen hier hinten? Zwei. Die sind aber gerade vorbei gewesen. Aber naja. Das müsste eigentlich auch noch reichen. Hier steht jetzt keiner. Und am Hauptbahnhof ist klar. Da stehen wahrscheinlich ein paar mehr. Da sieht aber erstmal alles gut aus. Es ist nur zum Weinberg hin. Verkehr. Das ist natürlich da. Fährt da denn auch einer hin? Oder? Der fährt auch weiter. Lass mal gerade kurz einmal schnell laufen. Der kommt ja von da. Also wird er nicht da wieder hinfahren. Na ja. Wird schon passen. Was zwischen an. Ist auch nichts. Dann gehen wir hier rechts rüber nach Königsbrunnen. Ist nichts. Jena. Jena braucht hier eine Bushaltestelle. Wo ist er. Wo ist er? Da ist er. Also. Da muss die hier hin. Ich glaube das senkt immer besser ab. Eins. Zwei. Eins. Zwei. So kommt es. Und dann müsste eigentlich hier dran ergehen. Oder? Da habe ich das hier gebaut. Nein. Lass mal gucken ob das so geht. Passt oder? Und. Da kommt die Bushaltestelle hin. Soweit so gut. Hier ist eine Kutsche. Statt Bosch Jena. Fahrplan. Kann man zumachen. Rathaus ist hier. Kommt dazu. Und dann die dazu. Fahrzeuge sind hier drauf. Genug brauchen wir uns keine Gedanken machen. Stehen denn hier welche? Da nicht. Hier stehen noch keine. Das ist auch richtig. Und hier stehen sieben. Da kommt der Kutsche auf jeden Fall gerade rumgefahren. Und da ist schon die nächste. Muss wohl passen. So gehen wir nach Köln. Köln ist abgedeckt. Neubrandenburg. Sieht abgedeckt aus. Und dann kommt Achim. Achim ist abgedeckt. Bad Mergentheim. Da müssen wir auch was bauen. Und zwar hier rüber. Straße. War das passen oder war jetzt eins zu viel. Ich glaube es war passen. Ne? Ja. Sieht so aus. Ok. Haben wir. Kutsche haben wir hier. Stadtbus. Das kann zu. Das kann auch zu. Fahrplan ist. Rathaus. Da hin. Passt. Auch erledigt. Dann sind wir bei Friedrichsdorf unterwegs. Gucken da rein. Ist nix. Schwandorf ist glaube ich das nächste dann. Das ist auch alles abgedeckt. Ja. Dann haben wir Lippstadt. Auch abgedeckt. Dann Erlangen. Ist auch abgedeckt. Und dann bleibt uns nur noch WinN über. Zum Ende WinN. Ja. Das ist auch abgedeckt. Ne? Ja. Sind wir durch. Alles abgedeckt. Alles erledigt. Jetzt müssen wir nur gucken. Mal die Zahlen angucken. Hatte ich schon angeguckt. Die sehen nämlich richtig gut aus. Monate. Marge. Da ist sie. Wie ihr seht. Letzten Monat haben wir. Nach den Schiffsverbesserungen. Die wir da alle gemacht haben. Und so weiter und so fort. Haben wir. 31% Marge. Das ist ziemlich gut. Das hatten wir noch nie so gut. Das beste Ergebnis. Seit wir diese Karte haben. Ok. Jetzt ist hier gerade wieder. Monatsanfang. 4. Oktober. Da sitzt das natürlich hier unten. Aber das wird sich mit der Zeit dann hier hochschleichen lassen. Passt schon. Wir haben aktuell 1,3 Millionen. Das heißt wir sind auch gut im Geldzufluss. Naja. Wir haben noch 4 Millionen Gesamtvermögen mit den Zügen und so weiter und so fort. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Da werden wir dann auch in den nächsten Monaten werden wir nicht zu viel kaufen. Runterkommen. Dass wir irgendwann im Plus sind. Gut. Dann können wir mal. Ne. Da nicht reingucken. Sondern hier reingucken. Können wir kurz die Haltestelle noch anschauen. Neubrandenburg. Neubrandenburg ist am meisten los wohl. Da stehen 118. Da wollen wir hier nach Willensdorf. Mehrfach. Große Zahlen. Hier 13. Zwei Brücken. Burg. Jena. Köln. Und Neubrandenburg. Neubrandenburg. Neubrandenburg ist ja intern. Hans Eisler Straße. Wo ist die? Da. Wer stehen denn da? Oh. Da stehen 17. Wie viele haben wir denn hier Kutschen unterwegs? Sieht nicht so viele aus. Oder? Sehe ich überhaupt eine? Die tummeln sich gerade alle hier. Fahrzeugdetails? Ne. Da wollte ich hin. Wir sind da auf der Linie drauf. Fünf Fahrzeuge. Kapazität ist 30. Okay. Und die tummeln sich hier gerade alle vor dieser Haltestelle. Machen wir gerade schneller. Sind aber alle abgeholt da. Da steht keiner mehr. So. Das passt erstmal. Mach das mal zu alles. Ne. Die Liste nicht. Wo fahren die jetzt hin? Wir stehen hier 16. Auch zu viele sozusagen. Und da 19. Wo kommt wer lang? Die fahren jetzt erstmal alle zurück. Ist klar. So. Und jetzt kommen die Kutschen wieder. Oder nicht? Okay. Jetzt kommen sie wieder. Und fahren wohin? Rechts oder links? Links. Das heißt hier stehen auch 24. 24 mal. Sind gleich alle weggeholt dann. Oder? Da kommen ja alle Kutschen vorbei. Neun. Drei. Ist das jetzt noch die Nähe? Die letzte Kutsche kriegt schon keine Passagiere mehr. Okay. Dann ist das so. Wir stehen jetzt hier auch 23. Naja. Okay. Ich glaube da kommen wir aber mit hin. Lassen wir. Weil wir ja noch 30 haben. Hier stehen 3. Okay. Das ist jetzt nicht so begeisternd. Geht erstmal. 25 sind es jetzt schon. Wir stehen da 2. Naja. Funktioniert erstmal. Dann haben wir hier Bad Mergentheim. Achso. Das ist hier rüber. Da sind 15 und da sind 32. Warte mal. Wie ist denn das hier mit den 32? Die wollen aber... Ach nee. Da wollen noch 13. Nee. Willensdorf ist auch nach da oben. Das heißt alle 32 werden mit dem Zug fahren müssen. Und der ist wo? Da. Und wie voll ist der? Auf der Richtung keiner. Wir bestehen hier 51. Der muss die alle mitnehmen. Ja. Sieht so aus. Steht keiner der jetzt hier irgendwie... Ja. Da hat er alle mitgenommen. Passt. Da ist niemand drinnen. Hier steht jetzt keiner. Ne. Genau. Wie sieht es hier aus in dem Schiffchen? Da sind 16 drinnen. Okay. Also es wird wieder übergesetzt. Und hier stehen noch... Bad Mergentheim waren wir nicht. Die wollen auch 15. Nee. Nicht alle. 11 wollen da lang. 4 nochmal rüber. Okay. Wie sieht es hier mit dem 2. Schiffchen aus? Aber das hat auch schwarze Zahlen. Das geht eigentlich alles. Kurz mal bei Gütersloh vorbeigeschaut. Wie sieht es jetzt hier aus? Da steht schon einer. Okay. Da stehen 10. Hier sind 4 in der Kutsche. Und da steht keiner mehr. Wir sind hier intern. 3 auf der Reiterallee. Und sonst steht hier keiner, oder? Wohl nicht. Das sind 2 Kutschen, glaube ich. 3, 4 Kutschen. Ah, das geht. Das kann man so lassen, glaube ich. Hier sieht es in 2 Brücken aus. Ah, das ist ja hier auch so ein Stau. 2 Brücken intern sind hier Zähne. Und da sind 43 und Niederholz. Oder Niederholz. Wo ist denn das Niederholz? Da wollen die alle hin. Okay. Puh. Hatten wir da nicht schon mal eine draufgesetzt? Wo ist denn die? Fährt die hier noch rum? Ne, ne. Ich werde aber trotzdem noch eine für diese 43 draufsetzen. Da. 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 Dort. Stadtbus. Ne. 2 Brücken war das. 2 Brücken. Da unten. Und starten. So. Hier steht nochmal Bad Mergentheim. Ist da denn irgendwo an einer Halterstelle so viel los? Da stehen acht da. Gibt da nur eine. Hier oben ist auch noch eine. Da stehen zwei. Rutschen sind. Eine. Ist da noch was? Ne, das ist ja drauf am Haus. 2, 3, 4 Stück sind da drauf. Das sollte reichen. Ja gut. Dann würde ich aber sagen, machen wir erst hier wieder einen Cut dazu. So reichen für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo abmacht, eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt damit, welches nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020